Guten Tag meine Damen und Herren. Hi Dude. Und Stephen Hawking ist ja ein sehr bekannter Wissenschaftler. Und er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, in dem er die Behauptung aufgestellt hat, dass es keine Notwendigkeit dafür gibt, dass Gott existiert. Er hat mehr oder weniger gesagt, weil es ja das Gesetz der Schwerkraft gibt, kann sich das Universum selbst erschaffen haben. Soweit ich weiß, hat sich Hawkins damit auf die Kraft zwischen den Partikeln bezogen. Aber es gibt ja auch noch das Ganze von Sam Harris mit Materie und Antimaterie lösen sich gegenseitig auf. Also es ist logisch anzunehmen, dass Materie und Antimaterie aus dem Nichts entstanden sein können. Zusammen mit der Big Bang Big Draft Theorie und was weiß ich nicht noch alt für ein Zeug. Also ja, es gibt verschiedene Theorien, die nahelegen, dass es keinen Schöpfer geben muss. Man bedarf also keines Gottes, der das Universum erschaffen hat, sondern das Universum kann sich selbst erschaffen haben durch das Gesetz der Schwerkraft. Ich habe hier einen Artikel aus der deutschen Ausgabe des Fokus diesen Monats vor mir liegen, mit dem Titel Schöpfung ohne Schöpfer. Du willst jetzt nicht ernsthaft den Geschichten-Onkel spielen, oder? Und in diesem Artikel heißt es wie folgt. Oh fuck me! Hawkins bezweifelt, dass unser Universum und seine Gesetze exakt auf die Möglichkeit menschlicher Existenz zugeschnitten sind. Die tausend, in Anführungszeichen, Zufälle, die notwendig sind, um Leben zu ermöglichen, sind für ihn kein Beweis für das Wirken eines Gottes. Und er zitiert, oder wird jetzt wie folgt zitiert, Wissenschaft kann das Universum ohne die Notwendigkeit eines Schöpfers erklären. Zitat Ende. Der Artikel fährt fort zu sagen, es wird allein von den Naturgesetzen bestimmt und immer schon. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht einfach nichts? Antwort, weil Schwerkraft und Quantentheorie aus dem Nichts spontan Universen schaffen. Der Artikel fragt, lässt sich Gott so einfach weg erklären? Und Hawkins antwortet, in gewissem Sinne werden wir dadurch zu den Herren der Schöpfung. Der Artikel schreibt, er schafft Gott ab und setzt sich gewissermaßen an seine Stelle. Es gibt drei Möglichkeiten, was hier los sein kann. Erstens, der Artikel wurde von einem Vollidioten geschrieben. Zweitens, die Übersetzung des Interviews wurde von einem Vollidioten angefertigt. Oder drittens, ein unehrlicher Vollidiot, in diesem Fall Du, hat den Scheiß falsch zusammengeschrieben, weil diese Aussagen so keinen Sinn machen. Der Mensch hat keinen Einfluss auf irgendetwas in diesem Zusammenhang. Das Ganze funktioniert durch Quantenphysik, etwas, was der Mensch so gerade eben am Anfang des Verstehens ist. Selbst wenn Hawkins größenwahnsinnig wäre, er ist intelligent genug zu wissen, dass der Mensch mit diesem Prozess nichts zu tun hat. Aber überlegen wir einmal, meine Damen und Herren, ist das so einfach, sich vorzustellen, dass das Universum sich selbst erschaffen hat? Hast du eine Gabel im Hirnstecken? Hawkins hat was von Quantenphysik gesagt. Was du begreifen kannst und was du dir unter normal vorstellst, hat mit Quantenphysik nichts zu tun. Und zwar auch noch dann Gesetze erschaffen hat, denen es unterliegt. Und zunächst einmal scheinbar Gesetze erschaffen hat, die notwendig waren, um, wollen wir Hawkins folgen, sich selbst zu erschaffen. Hör mal zu, schnuppert Kalle. Einen normalen Menschen kostet es 0,4 Sekunden, auf die Idee zu kommen, dass die Gesetze unabhängig vom Universum existieren. Das, um es mal bildlich auszudrücken, das Universum die Leinwand ist, auf der gemalt wird. Und die Gesetze die Pinsel sind. Die Pinsel bewegen sich auch ohne Leinwand, aber wir können nur durch die Leinwand die Bewegung der Pinsel wahrnehmen. Ist das für dich verständlich oder war es zu hoch? Ich habe auch eine Ausgabe der letzten PM vor mir liegen. Oh, nicht das schon wieder. Mit dem Titel, oder ein Artikel in diesem PM-Magazin heißt, das Universum hat keinen Knall. Und dann heißt es im Artikel, immer mehr Kosmologen bezweifeln, dass der Urknall stattgefunden hat. In einer aufsehnerregenden Studie beschreibt Wun Ye-Shu von der Nationaluniversität Taiwan ein Universum ohne Anfang und ohne Ende. In seiner Theorie stecken nicht die Kräfte eines Urknalls hinter der Ausdehnung des Universums, die Astronomen beobachten, sondern die Umwandlung von Zeit in Raum. Ja, den Bericht von Wun Ye-Shu kann man übrigens öffentlich einsehen, wenn man will. Und dabei geht es, soweit ich das beurteilen kann, nicht darum, ob es jemals einen Big Bang gegeben hat, sondern darum, was vor dem Big Bang war und wie das alles logisch zusammenpasst. Und er baut im Grunde ein Big Bang Big Draft Modell auf. Also ein Modell, nachdem das Universum expandiert und sich wieder zusammenzieht. Nur dass er das auf die Raumzeit bezieht und nicht auf den Raum an für sich. Also hier ist Hawken, der uns sagt, das Universum hat sich aus sich selbst heraus erschaffen. Hier ist ein anderer Wissenschaftler, der uns sagt, das Universum hat immer schon bestanden. Ja, verschiedene Wissenschaftler stellen verschiedene Hypothesen auf. Beide Hypothesen decken sich mit den Fakten ab, die wir haben. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt hatten. Beide Thesen sind plausibel. Wo ist dein verficktes Problem? Aber ist das logisch? Ist das denkbar? Ist das nachvollziehbar, dass das Universum, das ja nun Gesetzen unterliegt, immer schon bestanden hat? Und damit scheinbar auch alle diese Gesetze immer schon bestanden haben? Oder dass es sich selbst erschaffen hat? Und zwar aufgrund von Gesetzen, die es zunächst einmal für sich selbst erschaffen hat. Ist das logisch? Ist das etwas, was der menschliche Geist akzeptieren kann? Oder muss man ein hochintelligenter Wissenschaftler sein, um zu einer solchen Schlussfolgerung gelangen zu können? Dein Schnurrbart besteht gar nicht aus Haaren. Der besteht aus ganz winzig kleinen Molekülen. Und diese Moleküle bestehen aus noch viel kleineren Atomen. Und diese Atome sind der Baustein des gesamten Universums. Weil alle Elemente bestehen aus diesen Atomen. Und dadurch, dass sich diese Atome zusammensetzen, bilden sie diese Moleküle, die dann alles andere bilden. Zum Beispiel die Haare des Bartes. Aber diese Atome bestehen aus noch viel kleineren Elektronen, Positronen und Neutronen. Das alles macht absolut keinen Sinn, aber es entspricht der Wahrheit. Du merkst, dass das, was für uns logisch erscheint, nicht unbedingt immer das ist, was der Realität entspricht, oder? Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, geschrieben von Anthony Flew. Anthony Flew mit dem Titel There is no God. Mit anderen Worten, es gibt keinen Gott. Aber dann ist das Wort no durchgestrichen und mit dem Wort e ersetzt. So dass es dann heißt, es gibt einen Gott. Interessant ist an diesem Buch, dass Anthony Flew einer der bekanntesten Atheisten war für lange Zeit. Der aber dann allmählich zu der Erkenntnis kam, und zwar aufgrund der Tatsache, dass es Gesetze gibt im Universum und dass es überhaupt Bewusstsein gibt, dass es einen Schöpfer geben muss. Also, wie gewohnt, es könnte so sein, dass die Gesetze festgeschrieben sind und nicht anders sein können. Es könnte so sein, dass es ein Universum gibt für jede kleine Abweichung in den Gesetzen und wir einfach in einem von den Universen leben, wo alles gut funktioniert hat. Es könnte sein, dass... Ihr kennt das alles schon. Ich muss es nicht nochmal erklären, oder? Er gibt unter anderem ein interessantes Beispiel. Er sagt, wenn Sie einen Tisch haben, den Tisch können Sie irgendwo hinstellen und er kann für Tausende, Zehntausende, Zigtausende, Millionen, Milliarden Jahre dort sein. Er wird niemals zu dem Schluss kommen, dass er auf einmal jetzt Bewusstsein hat und dass er auf einmal zu sich selber sagt, ich bin ein Tisch. Mir ist diese Tatsache bewusst, dass ich ein Tisch bin. Er sagt, tote Materie kann kein Bewusstsein haben und niemals ein solches entwickeln. Okay, ich weiß nicht, ob ihr die Show kennt, aber The Amazing Atheist macht eine Hangout-Show, The Drunken Peasants. Und einer der Atheisten oder Christen oder was auch immer gern sein will, der durch den Gang gezogen wurde, ist Brad Keane. Das Interessante bei dem Typ ist, Brad Keane war früher Atheist und ist dann Christ geworden. Und als Christ macht er all die Argumente, die er als Atheist in den Arsch getreten hat. Also er labert Sachen, vor denen er weiß, dass sie Blödsinn sind, um seine eigene Position zu stärken. Bei dem Typen hier habe ich dasselbe Gefühl. Eine interessante Schlussfolgerung, denn wenn das Universum sich selbst erschaffen hat, wieso hat es dann Menschen hervorgebracht, die Bewusstsein haben, aus toter Materie? Und wir kommen zurück zum Tisch. Es geht nicht darum, dass der Tisch sich denkt, boah, der Boden ist voll kuschelig, weil der Tisch einen eigenen Willen hat und darum auf dem Boden stehen bleibt. Es geht darum, dass der Tisch von der Schwerkraft auf den Boden gedrückt wird. Es geht nicht darum, dass das Universum sich denkt, boah, Menschen sind voll knuffig. Es geht darum, dass das Universum Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Und diese Gesetzmäßigkeiten erlauben nun einmal Leben. Und bei Milliarden von Sternen wird, egal wie klein diese Möglichkeit, das Leben entsteht, auch sein mag irgendwo Leben entstehen. Einfach weil die Möglichkeit besteht und weil es so viele mögliche Plätze gibt, wo es entstehen könnte. Schauen Sie, da ist etwas nicht in Ordnung mit dieser Idee. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gegeben, die ist ein bisschen länger als diese 10-minütigen Auf-Posten-Stehen-Programme. Aber die können Sie auf unserer Webseite finden. Und diese Predigt hat den Titel, Gottesbeweise, gibt es sie wirklich? Und ich habe in dieser Predigt mehrere Gottesbeweise aufgeführt, die zeigen und deutlich machen, dass eben ein Schöpfer existieren muss. Knorke, was für Beweise haben wir? Die Tatsache, dass es Gesetze gibt, denen wir alle unterliegen, Naturgesetze, wie das Gesetz der Schwerkraft, beweisen, dass es jemanden geben muss, der diese Gesetze zunächst einmal erlassen hat. Ein Naturgesetz ist nicht dasselbe wie ein juristisches Gesetz, du Fotzer. Die Idee von Stephen Hawking, dass das Universum sich aufgrund der Gesetze selbst erschaffen hat, ist aus dem Grunde schon eine merkwürdige Idee, weil er uns nicht erklärt, wo die Gesetze eigentlich hergekommen sind. Also, deine Logik ist, Naturgesetze setzen einen Willen voraus, weil wegen Gürtchen. Und darum habe ich recht, weil Hawking ist ganz doof, guckt ihn euch doch an, da ist er gar nicht schlau. Ich habe ihn schnurbert, ich habe recht. Schauen Sie, die Bibel hat sehr viel über Menschen zu sagen, die meinen, weise zu sein. Aber in Gottes Augen zu Narren geworden sind. Die Bibel sagt uns in dem Buch der Psalmen, dass es der Narist, der sagt, es gibt keinen Gott. Stephen Hawking ist eines der größten Genies unserer Zeit. Und du sagst, nur weil er nicht an Gott glaubt, muss er ein Vollidiot sein. Wow. Es gibt keinen Mittelfinger, der groß genug für dich ist. Aber hier im Neuen Testament finden wir eine interessante Stelle im Römerbrief. Und ich möchte dies kurz aus der Lutherbibel einmal vorlesen, im ersten Kapitel und die Verse 19 und 20, wo der Apostel Paulus folgendes sagt. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und er fährt dann vor zu sagen, dass diese Menschen diese Erkenntnis abgelehnt haben und dann in Gottes Augen zu Narren geworden sind. Also dein Argument ist, ich weiß ganz genau, dass Gott die Welt erschaffen hat, weil mein Buch das so sagt. Und weil mein Buch das so sagt, kann ich in der Schöpfung Gott erkennen. Und wer im Universum Gott nicht erkennen kann, der ist doof. Du siehst den Kreis in der Logik, oder? Man kann noch so sehr sich in der Wissenschaft auskennen und gleichwohl zu total falschen Ergebnissen kommen, wenn man von falschen Voraussetzungen ausgeht. Ironie. Du weißt, was das Wort bedeutet, oder? Schlags nach. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Schlags nach. Der normal denkende, logische Verstand sagt uns, dass es einen Schöpfer geben muss, der alles erschaffen hat, und dass damit die Theorien von Stephen Hawking als falsch, als grundsätzlich falsch abzulehnen sind. Also eine wissenschaftliche Theorie von einem der größten Genies unserer Zeit, die mit den Fakten übereinstimmt, ist falsch, weil dein Buch es so sagt. Und weil du gerne willst, dass es einen Schöpfer gibt. Und der Atheismus ist eine Religion, die auf keiner faktischen Basis beruht. Also der Atheismus ist eine, in Anführungsstrichen, Religion, die keine Basis hat, weil die Aussage, ich glaube nicht an einen Gott, den man nicht beweisen kann, schwachsinnig ist. Während du, ein Typ, der glaubt, dass ein Buch mit sprechenden Tieren und beweisbar falschen Aussagen richtig ist, eine Basis für seinen Glauben hat. Bin ich in einem Paralleluniversum gelandet, oder ist der Typ ein Vollidiot? Schauen Sie, der Apostel Paulus hat unser Folgendes gesagt im Hebräerbrief, im 11. Kapitel. Und ich lese nur Vers 3. Hebräer Kapitel 11 und Vers 3. Er sagt, durch den Glauben erkennen wir. Jawohl, es muss Glauben vorhanden sein, aber es ist ein auf Fakten beruhender Glaube. Es ist kein Glaube, der irgendwie aus einem Hirgespinst sich herausentwickelt hat. Er sagt, aus Glauben erkennen wir. Also der Glaube gibt uns die richtige Erkenntnis, dass die Welt, das Universum, durch Gottes Wort geschaffen ist. Also wenn du ganz fest daran glaubst, dass etwas wahr ist, siehst du Begründungen dafür, warum es wahr ist. So ein bisschen wie Hitler ganz genau wusste, dass die Juden minderwertig sind und darum Gründe dafür gefunden hat, warum die Juden minderwertig sind. Und dadurch wird es objektiv wahr. Richtig? So dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aus nichts Sichtbarem. Schauen Sie, Gott ist Geist. Christus sagt, wer Gott anbeten will, muss in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott, der Geist ist, hat das Sichtbare erschaffen. Aus Geist heraus. Und so lesen wir in der Bibel, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles ist durch ihn geworden. Wir lesen, dass Gott gesagt hat, dass er am Anfang Himmel und Erde erschuf, das gesamte Universum. Also deine Aussage ist zusammengefasst, Gott so und darum. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, was ist die logischere Schlussfolgerung? Dass das Universum sich selbst erschaffen hat und zunächst einmal Gesetze erschaffen hat, die notwendig waren, um sich selbst zu erschaffen? Oder das ist Gott, der seit Ewigkeit existiert hat, der ein Geistwesen ist. Alles, was wir sehen, alles, was existiert, erschaffen hat. Also die Frage ist, ist das, was wir wissen, das existiert, das Universum aus sich selbst entstanden? Oder ist erst etwas anderes aus sich selbst entstanden und hat dann das Universum erschaffen? Da beides voraussetzt, dass etwas aus sich selbst entsteht und die erste Aussage, das Universum ist aus sich selbst entstanden, weniger unnötige Schritte hat, die nicht bewiesen werden können, würde ich sagen, das erste macht mehr Sinn. Schauen Sie, die grundsätzliche Frage ist folgende. Wenn wir anerkennen, dass es Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann müssen wir auch anerkennen, dass Gott etwas von uns will. Das ist keine Frage. Der Atheismus ist eine Religion, die es ablehnt, nach Gott zu fragen, die nicht wissen will, was wir heute zu tun haben. Eine Idee, die davon ausgeht, dass wir heute existieren und morgen ist alles vorbei. Dass es keine Zukunft für den Menschen gibt. Dass wenn wir sterben, wir nicht wieder erneut zum Leben erweckt werden. Paulus sagt, wenn wir so denken, dann sind wir die Erbärmlisten von allen Menschen. Ich will aber, dass es einen Gott gibt. Ich will aber, ich will aber, ich will aber, und darum sind Atheisten doof. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich die Frage, ob es logisch ist, sich vorzustellen, dass es keinen Gott gibt, der dieses Universum und sie erschaffen hat. Ist es logisch, dass es ein unendliches Geistwesen gibt, das alles, was existiert, erschaffen hat? Und dessen Attribute sich entweder gegenseitig widersprechen oder in sich selbst unschlüssig sind? Ähm, nein. Aber wenn er sie erschaffen hat, dann fragen Sie sich auch, warum? Warum? Was ist ihr Potenzial? Was ist der Zweck und der Sinn ihres Lebens? Das Leben bekommt nicht auf magische Weise einen Sinn, nur weil es einen Gott gibt. Genauso wenig verliert das Leben auf magische Weise einen Sinn, wenn es keinen Gott gibt. Die Frage nach dem Sinn ist etwas, was Menschen für sich selber entscheiden. Alles, was du mir hier gezeigt hast, ist, dass du einen Glauben brauchst, an den du dich klammern musst, damit dein Leben für dich irgendeinen Sinn hat. Und dass für dich dein jetziges Leben nicht wichtig ist, weil der Sinn deines Lebens ist, auf das Leben nach dem Tod zuzuarbeiten, was vollkommen schwachsinnig ist. Also stellt sich für mich die Frage, wenn es unbedingt einen Gott geben muss, und wenn dieser Gott uns erschaffen hat, warum gibt es da nicht einen einzigen guten Beweis für seine Existenz? Das Leben ist das Leben für seine Existenz.